moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge pokémon let's go für die switch und ja wir finden uns jetzt hier vor diesem großen fels tunnel da wollen wir rein vorher können wir uns ein bisschen mit ihr hier messen um einfach ein bisschen zu üben soll ich mal komplettes drehen moment durchgeben das will ich so das machen wir jetzt hier noch stehen geblieben los geht's dann zeige ich dir die jüngeren garan schon mal wie man sich richtig ins zeug legt trainer coach julia fordert dich heraus jetzt quapuzzi ein hypnosespannung so also wir sind jetzt nicht mehr so weit auseinander alle mit den levels das heißt wir hätten noch ein bisschen üben können aber versuchen erst mal zu verbrennen das ist mein lieblingsmove ihr wisst nicht sehr effektiv scheiße hypnose ich kann jetzt nicht mehr so ein scheiß na gut wir haben ja ein bisschen was anti schlafmedizin weiter sagen das ist gleich noch mal einsetzt und wenn wir jetzt ja auch effektiv gegen uns schauen was wir machen können gegen den kampf und dann nehmen wir nur mal den doppel kick ja 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 ist aber getroffen noch mal ein blubber strahl okay wir müssten leben jetzt aber ein bisschen täckeln würde ich sagen damit er mal einen von latz bekommt los geht es war schon ein bisschen besser okay ja auch der war sehr effektiv aber wir können jetzt platt machen indem wir noch mal teckeln wir können mal wechseln wir wechseln mal zu der pflanze mal sehen teste die mal so haben wir ein bisschen giftpuder raus so und jetzt haben wir ihn noch mal mit unseren ranke 1 in die fresse auch durch noch mal auf natürlich wenn wir dem jetzt nicht überleben wie ich da sehe naja bevor wir das machen ohne beutel und heilen einfach mal um den tippen kann der gleich wieder rauskommen los geht es hin los geht es hin so wir haben tippe wieder raus ein wechseln ein wechseln täckeln wir mal ok hei 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 der haut doch auch rein aber jetzt müssen wir gleich platt kriegen und nachher täckeln so das war ja nun nicht so schwer mehr sehr gut so ein bekannter tag ich muss mal gucken welche wir noch da haben steinhage ist natürlich nicht so verkehrt Tarnsteine rauswerfen super und klein stellen steinhagel ich glaube ich habe mehr von dir gelernt als du von mir hier der belohnung ich halte durchbruch cool nicht verkehrt wir werden mal ganz kurz gucken naja sind doch noch mal kurz da unser glückversuchen aber ist ja nicht schlecht dass wir üben können schadet wohl nicht durch den fels mit ein bisschen höheren level zu gehen wo neil soll 저 meinen evoli besiegen der hat wohl nicht mehr so viel Leben leider also muss ich den erstmal ein bisschen aufschischen Schöner! Schöner! Okay. Ah. Ist so effektiv, wenn du da bist, tut mir leid. Zeig mir den guten Mal. Zack. So, der nächste bitte. Ne, gegen Anton können wir auch so kämpfen. Ähm. Wollte es nicht wechseln, Entschuldigung. So, kämpfen wollte ich. Ah, nicht sehr effektiv. Mann, ich muss mir das mal merken. So. Und nochmal. Super. Eine Verbrennung hauen ihn vielleicht. Wohl. Wohl. Ah, siehste. Super. Menno, dabei habe ich doch extra trainiert. Und du gewinnst wieder Kohle und Superbälle. Danke. So, wir müssen auch kurz hier rein und unsere Leute auffrischen. So gut ist, dass wir gleich hier in der Ecke sind. Ja, mach dich mal fit. Und dann gehen wir durch den Felstunnel. Ich glaube es ist vielleicht noch ein bisschen zu schwer. Müssen wir gleich mal gucken. Hm. Aber, hm. Schauen wir mal. Wollen wir ja unser, ähm, unsere neue Technik anwenden mit Licht durchfluten. Ah, einfach hier wieder durch. Los. Und hier durch. Okay, sieht man gar nichts. Möchtest du deinem Partner die geheime Technik durchfluten? Ja. Sehr gut. Die Umgebung weckt plötzlich Tag Hell. Okay. Ja. Guck mal. So. Ob ich kriege den denn gleich? Natürlich nicht. Ah, war auch nicht so gut. Vielleicht reicht das für die. Nein. Okay. Wir brauchen ein paar mehr Pockbälle vielleicht. 43 haben wir noch. Ah, es war schlecht geworden. Oh. Gibt's auch gar nicht. Okay. Okay. Jetzt verballere ich alle Welle an. Na los. Okay. Jetzt wird's gerade gar nichts, ne? Warte mal. Und hoch. Hä? Gibt's gar nicht. Ich treff gar nichts mehr. Warte mal. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Oh. Wir machen es mal besser die oder später wenn wir besser aufbauen. Hier. Mach hallo. Hüpfte ich's auf. Oh. So. So. Na gut. Na gut. Ja. Ja. So. Also. Also. Als ob ich meinen. Controller wieder neu kalibrieren muss. Ist auch gar nicht. so. Tja. Na komm her. Ich hab hier noch was Leckeres für dich. Oh Mann. Ja irgendwie. Ist hier grad der Wurm drin? Ist das was Nerviges? Trotzdem sehr nervig. Trotzdem sehr nervig. Ja. Ich würde lieber ein paar Superbälle geben können, als hier so eine blöde Himbeere zu finden. So. Marscholo und dieses Pokémon ist recht klein, doch seit der Kampfsport könnte sie machen, er ist zu einem starken Gegner. Neut. So. Wo wird es wieder? Hat mich der Onyx aus dem Konzept gebracht, glaube ich. Oh, die Fledern brauchen wir auch noch mit hier. Das ist super geworfen, aber vielleicht reicht es. Ah, super. So, wieder ein paar Arten, wir sind schon aufgestiegen. Ist schon mal gut. Risiko-Taggle? Gucken. Was kann denn das Risiko-Taggle? Lebensgewehrangriff, bei dem sich der Angriff selbst verletzt. Oh, ne, das wollen wir nicht. Aber rausgehen. Nein. Er hat schon. Der denn. Ein Rihorn. Rihorn wurde gefangen. Klasse. Super. Wir müssen uns natürlich erst mal mit neuen Bällen eindecken, sobald wir den nächsten Shop erreichen. So, schauen, was Rihorn kann. Rihorn ist sehr einfach gestrickt und kann nur eingleisig denken. Stellt uns aber los, hört uns erst aufzulaufen, wenn es ermattet einschläft. Okay. Da steht irgendeine Tante. Da. Einen großen Kleinstein mitnehmen. Mal ein Georock. Gucken wir mal. Wir fänden ja schon wieder ein paar mehr Pokémon. Das ist natürlich ganz cool. Vergrößert unsere Datei. Und wir haben die Chance, andere Pokémon zu bekommen, da wir genug haben. Ja, das ist Pumluff. Bodyslam. Mal gucken hier. Das wollen wir mal entfernen. Und neu lernen. Er rollt sich gerne in Gewerksfall hinunter. Dabei ist es ihm egal, wer oder was sich in seinem Weg befindet. Gut. Oder schlecht. Man weiß es nicht. So, hier liegt noch ein Ball. Oh. Dann kommt ein Demo jetzt an Kleinschein hoch. Und welches ist das denn? Na ja, aber was soll's. Wir können auch mal wieder ein paar zum Professor schicken. Das machen wir nachher mal. Damit wir ein paar Bonbons bekommen. Sprühdose-Schutz. Okay. Nutzen wir jetzt mal nicht. Gucken wir mal, was hier ist. Oh. Zeit für einen Pokémon-Kopf. Bereit? Dann geht's los. Na, ich wollte alle gern kämpfen hier. Kann ich auch verstehen. Pokémaniac Torben fordert hier raus. Er hat Flagmon dabei. Oh, nicht so effektiv. Nicht Konfusion. Ah, scheiße. Audi ist sehr effektiv. Dann tacklen wir ihn nochmal. Wenn's klappt. Okay. Oh. Angriff von mir sinkt. Aber vielleicht kriegen wir ihn trotzdem mit einem noch hin. Das ist doch mal. Ah. Sehr gut. Game over, du gewinnst Geld. Danke. Und Pockbälle. Danke für die Pockbälle, aber... Kann ich ihn nicht gebrauchen so richtig. Mokui ist runter. Heiei, ein riesen Pledermäuse. Müssen wir auch mal schnappen. Einen zumindest. Dann muss man genau den Mund treffen. Ah. Nein! Ja. Na, befreit sie mich schon wieder. Ah, klar. Ah. Enge Kiste. Aber... War kein guter Wurf. Nein. Oh, keine Bälle mehr, ne? Na, ist das schlecht. Ich hab leider auch keine Bälle mehr, gleich. Das ist natürlich ärgerlich. Hätte mich mal besser ausrüsten sollen. Boah. Boah. Alter. Okay. Haben wir irgendwas, was wir denn geben können, dass er ein bisschen besänftet ist? Wahrscheinlich. Das gibt's doch gar nicht mehr. Ich wär so schlecht, glaube ich. Okay. Hm. Also, jetzt müssen wir mal einen gefangen hier. Ich glaube, es ist nicht so weit als die Flucht gleich. Boah. Na gut. Enge Kiste wäre das jetzt hier. Na. Macht das jetzt nicht so viel Sinn, weil wir wirklich viele verloren haben Bälle. So, wenn wir mehr holen. Wir haben natürlich noch die Prämie Bälle. Wir können davon ein paar Lots und gleich. Machen wir einfach mal. So, schauen wir's mal an. Golbert nähert sich schnell und lautlos an mit seinen spitzen Zähnen, beißt es zu und saugt ein Opferblut ab. Aber. Wild ist auch nix. Wir haben noch andere Bälle. Wir haben noch andere Bälle, ne? Natürlich, klar. Superball nochmal. Der letzte Superball. Wir müssen flüchten. Ja. Wir werden kommen. Das ist schon mal gut. Wir haben leider keine Bälle mehr. Das heißt, wir müssen sogar noch hin. Hier geht's nur runter. Ah, da geht's weiter. So, vielleicht gewinnen wir ja ein paar Super-Pock-Bälle von hier. Pock-Bälle. Pock-Mania-Greni fordert dich heraus. Kangama. Autsch. Was? Kann ich zurückgreifen? Quatsch. Wow. Okay. Double-Kick. Ah. Die Verbrettung geben den Rest, glaube ich. Mann, 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 Mann. Schlagen ganz gut rein, da. Ich bin total erschöpft. Du gewinnst wieder so viel Geld und hältst drei Pock-Bälle. Gut. Ich muss hier längs. Den nehmen wir mit. Den kleinen Mann. Ach, scheiße, können wir gar nicht. Wir haben keine Bälle. Ach, das wäre ja dumm. Probieren wir mal. Klappt so mit unseren Nomad-Bällen trotzdem irgendwie. Ich glaube zwar nicht, aber wir bringen es trotzdem. Na, komm. Oh. Mal. Alter. Oh jetzt. Bin hier drüber reingepennt, das ist immer super. Wie geil ist das denn? Das ist doch total albern, ich trete überhaupt nichts. Okay. Na? Werd ich diesmal was? Okay, ist abgehauen. Wusstest du mal ne? Ewan hat auch keinen Bock mehr. Da liegt noch was. Eine Belieber. Super. Das Problem ist, wir brauchen einfach mehr Bälle. Wir brauchen mehr Bälle um hier durchzukommen. Das würde ich sagen, machen wir und besiegen wir ihn nochmal schnell hier gleich. Ja. Wir machen das, wir besorgen uns noch was und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss, tschüss. 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 Someib